Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rare Guide präsentieren. Und zwar geht es heute wieder um einen Rare, den wir aus 8.2 relativ schwierig finden können. Und zwar ist das der Rudelfater. Und der Rudelfater ist der letzte Rare, der mir jetzt gefehlt hatte, quasi noch hier auf das Achievement. Nur Rares, nur wahres ist rares. Und zwar muss man dafür alle Rares in Nassia-Timer unboxen. Wo ist jetzt dieser Rudelfater genau postiert? Und zwar ist der an einen anderen Rare geknüpft, der ihn triggert. Wir haben jetzt hier auf den Koordinaten, wo ich etwa stehe, auf 71, 53, haben wir einen Spot, wo die Rudelmutter spawnen kann. Die spawnt etwa so alle halbe Stunde, so um den Dreh rum, genau hier an der Treppe. Wenn ihr die Rudelmutter tötet, die hier an der Treppe ist, dann gibt es eine Chance, die wahrscheinlich ein bisschen unter 10% ist, dass genau hier in dem Pavillon, also sprich hier auf den Koordinaten 73, 53, der Rudelfater spawnt. Ist relativ selten. Vor allem muss er erstmal die Rudelmutter finden, sie unboxen. Und übrigens, der spawnt dann instant, wenn er denn da ist. Also ihr müsst hier nicht warten. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier quasi mich hingestellt habe, bin dann hier reingegangen und habe hier einfach ein bisschen geserverhoppt, nasiata, einfach hier in alle Gruppen rein, serverhoppt durch und geguckt, ob die Rudelmutter da ist, bin gefaced, geguckt, ist sie da, nein, und weiter geht's in die nächsten Gruppen rein. So habe ich die relativ effizient gefarmt und ihr seht, jetzt hier ist zum Beispiel gerade die Rudelmutter da, die umboxen und wenn ihr Glück habt, wie gesagt, spawnt dann hinten direkt der Rudelfater. Hat bei mir etwa 15 Kills von der Rudelmutter bedürft, quasi bis der Rudelfater gespawnt ist und den haut er dann einfach um. Ist auch ein ganz normaler Rare Drop, nix wirklich tolles, aber man braucht ihn halt für das Achievement. Genau, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen, der wie ich hier verzweifelt gesucht hat, konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!